The Future of Shisha oder auch Huka for Everyone, das sind die Slogans, mit denen Huka die Firma wirbt, um alle an Bord zu bekommen. Ob da was dran ist, ob die wirklich geil ist, das schauen wir uns heute in diesem sehr spannenden Review an. Bevor wir aber richtig in die Tiefe gehen und uns angucken, ob das Teil taugt, anhand unserer normalen Review-Punkte erstmal ein kleiner Überblick. Die Pfeife kommt am 7.6. raus, am 2.6. kann man sich schon vorbestellen, also ab heute. Und die Pfeife kostet 399 Euro und wird erstmal nur in Deutschland erscheinen, in Dubai gibt sie aber zum Beispiel auch, aber das ist speziell der Deutschland-Release. Die Pfeife wird man natürlich online bei Uka bekommen, aber auch in manchen Einzelhandelsläden, da sollen noch mehr dazukommen. Bis jetzt kenne ich nur zwei, es gibt Archive in Köln, da kann man die kaufen, aber meine Empfehlung, falls ihr aus der Nähe von Frankfurt kommt, wäre tatsächlich nach Bad Homburg zu fahren. Da den lieben Dennis von Shisha Union zu besuchen, der hat sich nämlich in seinen Laden eine komplette Wand an Ukas bauen lassen und da kann man sie sich auf jeden Fall erstmal angucken, bevor man sie kaufen sollte. Wer sie kaufen sollte und für wen sie überhaupt in Frage kommt, klären wir aber später erstmal noch. Die Pfeife kostet übrigens 399 Euro, kommt in diesem sehr schönen Karton und es kommt auch noch ein bisschen was an Zubehör mit. Ihr kriegt die Pfeife, ein Schlauch mit Mundstück, eine Potzzange, noch ein paar Ersatzteile, also ein paar Dichtungen und ein paar andere Kleinigkeiten und natürlich ein Netzteil, damit ihr die Pfeife auch wieder aufladen könnt, wenn euch irgendwann mal der Akku leer geht. Wie ihr seht, ich habe sie in weiß, es gibt sie aber auch noch in schwarz. Und wer danach immer noch ein bisschen mehr Geld ausgeben will, der kann sich sogar noch Zubehör für die Pfeife holen, da gibt es verschiedene Add-ons. Unter anderem ein Rucksack für 90 Euro, den ich euch auch gerade nochmal einblende, ein Podcase für 30, ein Cleaning-Set für 35 und noch eine drehbare Base. Das heißt, man kann die dann auf so ein Ding stellen und dann kannst du die Pfeife so ganz einfach drehen. Also wer das möchte, das gibt es auch noch als Zubehör. Um euch aber erstmal noch ganz am Anfang abzuholen. Was ist die Uka? Die Uka ist eine Shisha mit einem Akku und einer elektrischen Lösung zum Heizen. Das heißt, es wird keine Kohle mehr gebraucht. Man kann leider nicht jeden Tabak reinfüllen, sondern es gibt Pots, wie bei einer Nespresso-Kaffeemaschine, wenn man so will. Die Pots kommen dann einfach hier in so einer Hülle, die kann man einfach aufmachen und da sind auch nochmal zwei Schutzfolien drauf, die man dann auch vor dem Rauchen nochmal abmachen muss. Das Ganze startet mit vier verschiedenen Marken, die mit dabei sind. Jeweils drei Sorten, außer bei 187, da gibt es sogar vier Sorten. Und damit ich euch alle Sorten einmal korrekt aufzähle, von 187 gibt es den 040, Sparkling Peets, Julu Pupu und I Love Hamburg. Von SK, also Shisha-Kartell, gibt es Plata Oblomo, Big Bagman und Guilty Gang. Von Alfacher gibt es Dapfel, das ist übrigens mein Favorit, den ich eben auch direkt aufgerissen habe. Crystal Grapio, also eine Traube, Crystal Yellow, also eine Zitrone. Dann gibt es drei von Zodiac, das ist auch sehr interessant, das ist nämlich auf Teebasis, also ohne Nikotin. Da gibt es den Stella, der schmeckt nach Traubeminze, den Nebula, das ist ein Mango-Passionsfrucht und den Nova, das ist eine dunkle Traube, Erdbeere und Johannisbeere. Mehr soll da auch in Planung sein, wann und ob die kommen und ob da vielleicht auch hoffentlich irgendwann ein Dark Blend dabei ist. I don't know, Ende des Jahres sollen die ersten weiteren Pots kommen. Ja, und wenn man dann seine Pfeife aufgeladen hat und man sich so einen schönen Pott hier aufgemacht hat, dann schmeißt man den da oben rein, drückt den Startknopf und dann kann man 70 Minuten lang rauchen. Die UK kann aber mit einer Ladung auf 100% bis zu 3 Stunden laufen, das heißt man kann mindestens 2 Pots rauchen. Theoretisch sogar ein kleines bisschen mehr, aber beim dritten Kopf würde euch wahrscheinlich dann irgendwann der Saft ausgehen. Wenn man die UK aber am Netzteil lässt, dann kann man nun endlich lange rauchen. Und von 0 auf 100 lädt sie so ungefähr in 3 Stunden, außer beim ersten Mal, da braucht sie ein bisschen länger, da kann das bis zu 6 Stunden dauern, bis ihr bei den 100% seid. Es gibt auch noch ein paar verschiedene Modi, es gibt einen Reisemodus, es gibt einen Pausemodus, da kommen wir aber wie gesagt gleich nochmal dazu. Und zu den Pots sei natürlich noch eine Sache gesagt, die sind aus Plastik, teilweise Metall, da ist ein NFC-Chip mit drin, der der UK dann sagt, hey, ich brauche jetzt so und so viel Hitze. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass man da mit einem Kopf 70 Minuten raucht und dann muss man die wegwerfen, das ist suboptimal. Ihr könntet sie selbst aufschneiden, den Tabak in den Biomüll packen und dann die Pots in den Plastikmüll packen, also in den gelben Sack. Oder ihr schmeißt das Ganze in den Restmüll, da müsst ihr mit euch selbst klären, wie ihr das Ganze umweltgewissentechnisch mit euch selbst ausmachen könnt. Dadurch, dass wir aber keine Kohle obendrauf brauchen, um unseren Kopf zu rauchen, haben wir natürlich ein paar Vorteile. Erstens, das ist deutlich sicherer. Also das Unangenehmste, was einem beim Shisha-Rauchen passieren kann, ist, wenn einem eine Kohle runterfliegt. Wo keine Kohle drauf ist, kann keine Kohle runterfallen. Das wird zwar warm, wenn man raucht, man kann aber trotzdem seine Hand hier ein paar Sekunden drauflegen. Du legst deine Hand drauf und merkst schon sehr schnell, okay, das ist zu heiß, ich nehme meine Hand wieder weg. Aber es ist nicht so, als ob du das berühren würdest und du hast direkt eine Verbrennung. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr euch irgendwie über euren Kopf gestreckt habt, um irgendwas zu greifen. Seid mit eurem Arm auf eine Kohle gekommen oder an den HMD gekommen, da ist die Haut sofort verbrannt. Und das passiert hier nicht. Außerdem, wenn das Ding mal ein bisschen backelt oder umkippt, was beim Rauchen zwar eigentlich nicht passiert, aber sagen wir mal, ihr wollt im Auto eine Pfeife rauchen, dann kann da auch keine Kohle runterfallen. Das heißt, das Ding ist von der Sicherheit her auf jeden Fall schon tausendmal krasser als ein normales Shisha. Und was auch immer gegeben ist, da bin ich aber kein Experte, das ist gefährliches Halbwissen, da ist keine Kohle drauf, also verbrennt der Tabak nichts. Und was nicht verbrennt, sondern nur erhitzt und verdampft wird, könnte tendenziell maybe gesünder sein. Und was auf jeden Fall besser ist, ist, wir haben keinen Kohlenmonoxid. Das klingt jetzt erstmal wie sehr, sehr krasse Lobeshymnen. Und es gibt schon viele Punkte an der Pfeife, die wirklich geisteskrank geil sind. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die definitiv nicht geil sind. Und eine Sache, die bei elektronischen Geräten oft gegeben ist, irgendwann ist der Akku wahrscheinlich tot. Wie sieht das mit einem Wechsel aus? Was ist, wenn ich einen technischen Schaden habe? Wird mir das Ding ausgetauscht? Muss ich sie einschicken zum Reparieren? Wie viel würde mich das kosten? Und so weiter. Es gibt noch keine Langzeiterfahrung, wie gut der Akku hält. Die ersten Geräte sind jetzt wohl so ungefähr zwölf Monate im Umlauf zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos. Und die scheinen ziemlich gut zu halten. Also Uka sagt, die Geräte, die jetzt seit zwölf Monaten draußen unterwegs sind, die haben noch keinerlei Batterieverlust. Wie lange das so bleibt und ob sich das dramatisch ändert, kann zum jetzigen Zeitpunkt leider niemand sagen. Reparieren oder tauschen kann man das Ganze nicht. Immer wenn ich danach gefragt habe, haben die Leute von Uka mir gesagt, die muss man dann einschicken und dann gucken sie. Und dann wird da was auf Kulanz gemacht oder es gibt einen Kostenvoranschlag. Das Ding ist noch zu neu, um da irgendwie auf Erfahrungswerte zurückgreifen zu können. Und ich kann euch nicht sagen, wenn das Ding kaputt geht, dann regeln die das auf jeden Fall. Oder nein, die sind total unkulant und nichts wird ersetzt und alles ist total scheiße. Wir wissen es leider einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber es ist ein technisches Gerät. Es könnten Defekte auftreten. Und dann seid ihr auf den Reparaturservice von Uka angewiesen. Das ist aber leider der Preis, den man bezahlen muss bei allem, was da irgendwo in Richtung elektronisches Rauchen geht. Das hast du leider einfach mit dabei. Bis jetzt habe ich keine großen Probleme. Hoffen wir, dass es so bleibt. Und was natürlich auch bei einem elektronischen Gerät dazu kommt. Und das Ding ist natürlich nicht wasserdicht. Ihr dürft den oberen Teil auf keinen Fall mit Wasser durchspülen. Das scheint wohl schon vorgekommen zu sein. Ich frage mich, wie Leute auf die Idee kommen. Aber nur um das nochmal in aller Ausdrücklichkeit hier zu sagen. Ihr dürft den oberen Teil der Shisha nicht mit Wasser durchspülen. Das heißt, ihr wischt das oben mit einem maybe leicht feuchten Tuch durch, geht mit einer Bürste durch die Rauchsäule, nehmt die Pfeife dann ab von ihrer Bowl. Und den unteren Teil könnt ihr ganz normal sauber machen, wie ihr das gewohnt seid. Da könnt ihr Wasser durchballern lassen, das ist alles kein Problem. Aber den oberen Teil mit Akku, Heizelementen und Co. Kein Wasser. Kein Wasser. Und das bedeutet natürlich auch, solltet ihr euch denken, ach, welch wunderschöner Sonntag. Ich rauche jetzt draußen in der freien Natur ein Köpfchen auf meiner UK und dann fängt es an zu schütten, dann ist wahrscheinlich die UK am Arsch. Ein paar Tröpfchen machen ihr wahrscheinlich nichts, außer ihr habt maximales Unglück und das Wasser kommt genau an die Stellen, an die es nicht kommen darf. Dann könnte das maybe schlecht für euch enden, aber im Regelfall so ein paar Tropfen machen dem Ding jetzt nichts. Tauchen gehen kannst du aber nicht mit. Und bevor wir uns die UK jetzt nochmal genauer angucken und ich euch nochmal alle Teile zeige und so ein bisschen den Aufbau erkläre, reden wir nochmal kurz über die Konkurrenz. Weil die UK ist zwar die erste All-in-One-Lösung, die man wirklich als Konsument kaufen kann und die auch für die Massen gemacht ist und auch schon auf dem Markt verfügbar ist. In Deutschland kommt sie jetzt, aber in UAE, also den Vereinigten Arabischen Emiraten, gibt es sie schon länger. Also es gibt Leute, die haben sich dieses Produkt gekauft, die haben es zu Hause und die benutzen es. Und es gibt ein paar Konkurrenten und auf einige trifft das zum Beispiel nicht zu. Zum Beispiel die Ramsider. Wir müssen natürlich immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt verschiedene Systeme. Es gibt einmal die UK mit ihren Pots. Es gibt die Ramsider, die sowohl vorgefertigte Pots anbietet, aber man sie auch mit selbstgebauten Pots benutzen kann. Allerdings ist bei Ramsider das große Problem, die ändern gefühlt alle drei Tage ihr Auslieferungsdatum und welche Pfeifen sie anbieten. Und dann stehen sie auf einmal doch auf der Shisha-Messe Frankfurt und dann kosten sie aber nicht mehr 400, sondern 1000 Euro. Long story short, ich bin sehr gespannt auf Ramsider, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht viel zu Ramsider sagen. Dann gibt es noch Enso-Shisha. Die standen auch plötzlich auf der Shisha-Messe in Frankfurt, kosten 420 Euro, also ein klein bisschen mehr als die UK jetzt kosten würde. Und man kann den Kopf selbst bauen. Das klingt auch schon mal sehr gut, wurde aber ebenfalls noch nicht an Konsumenten ausgeliefert. Soll bald starten. Schauen wir mal, ob das auch wirklich was wird. Performance fand ich eher so geht so. Also war ich jetzt nicht unglaublich begeistert. Ich habe drei verschiedene Köpfe, bei denen am Messestand geraucht. Es war okay, aber es war meistens ein bisschen kratzig. Also es hat mich von der Performance her nicht komplett abgeholt. Es war okay, es war nicht schrecklich, aber es war auch nicht gut. Und dann haben wir noch die Hooker Monk und die können wir am schnellsten abhaken. Die Hooker Monk wurde leider von der Performance, von der kompletten Konkurrenz mittlerweile überholt und kostet unglaublich viel Geld. Auch wenn ich die Leute in Prag kennenlernen durfte und die sehr korrekt und sehr lieb sind, muss ich zum Produkt leider sagen, das ist zu teuer, das hat zu wenig Power, das ist zu umständlich, man kann nur den einen Kopf von denen benutzen. Also Hooker Monk kann man leider sehr schnell abhaken. Und dann gibt es noch den Nevo, die günstigste Alternative für 250 Euro. Allerdings ist es auch keine All-in-One-Lösung und hat auch keinen Akku. Es ist einfach nur ein HMD, der ohne Kohle funktioniert, sondern mit Strom und am Strom hängen muss. Das heißt, es gibt noch kein Akkupack, es soll kommen. Und das ist wahrscheinlich die Lösung, die ich den meisten Enthusiasten ans Herz legen werde, mit ein, zwei Ausnahmen. Aber wie gesagt, dazu mehr am Ende im Fazit. Und das ist so grob gesagt der Markt, auf dem wir uns befinden. Es gibt noch ein paar China-Kopien von der einen oder anderen Konkurrenz und auch von der UK. Die lassen wir aber mal außen vor. Da habe ich noch nichts gesehen, was wirklich gut funktioniert hat und irgendwie vielversprechend wäre. Deswegen das erstmal außen vor. Wir kümmern uns erstmal heute um die UK. Und die gucken wir uns jetzt auch als erstes mal an. Und wenn ihr die Pfeife auspackt, dann steht die auch ziemlich genau so neben euch. Sieht natürlich unglaublich futuristisch aus, ist sie nämlich auch, und hat grundlegend erstmal zwei verschiedene Teile. Wir haben einmal den oberen Körper und den unteren Part. Der untere Part ist ein bisschen besonders, weil hier drinnen hängt immer noch die untere Hälfte von dem Tauchrohr oder nur das Tauchrohr. Und hier ist dann die Rauchsäule drin. Also das Tauchrohr bleibt auf jeden Fall hier drinnen. Man kann die sowohl aufschrauben, um dieses ganze Stück hier nochmal zu entnehmen. Dann hat man wirklich nur noch die Bowl. Und die Bowl ist übrigens aus Plexiglas. Das heißt, auch für Festivals ist das absolut kein Problem. Und wenn die mal runterfällt, geht euch auch keine Bowl kaputt. Ist für eine Pfeife, die den Mitnehmen-Aspekt revolutioniert, auf jeden Fall eine geile Nummer. Und ihr könnt aber auch noch, wenn ihr möchtet, dieses Teil hier innen einmal rausdrehen. Ein kleiner Dreher, ein Klick, und dann könnt ihr hier das Tauchrohr mit rausnehmen. Und so habt ihr dann die drei Teile für unten. Die Rauchsäule, beziehungsweise das Tauchrohr, kann man hier aber nicht nochmal extra rausschrauben. Wüsste ich aber auch nicht, warum man das machen möchte. So, dann schraubt man dieses Teil einfach wieder drauf. Das wird hier reingehängt. Einmal Klick und fest ist das Ganze. Und dann haben wir noch den oberen Teil von der Pfeife. Da gibt es relativ wenig zu machen. Wir können einmal drunter gucken. Ich blende euch das Ganze auch nochmal ein. Da sieht man aber nicht sonderlich viel. Wir sehen zwei Schräubchen, wo ich sehr versucht war, die aufzuschrauben. Aber ich wollte die Pfeife definitiv nicht kaputt machen, bevor ich dieses Video hier drehe. Und habe mich dementsprechend noch nicht getraut, die aufzuschrauben. Wir haben auf der Rückseite einmal den Anschluss für das Ladekabel. Wir haben hier einen slidebaren Knopf. Damit löst ihr den oberen Teil, also die Rauchsäule. Sagen wir einfach mal, das ist alles die Rauchsäule. Löst ihr damit von der Bowle und könnt sie easy abnehmen. Und wir haben noch ein kleines Entlüftungsventil auf der Seite. Sieht eigentlich eher aus wie ein Lautsprecher, wenn ihr mich fragt. Aber der ist auch noch da. Und wir haben den Powerknopf inklusive vier kleinen LED-Leuchten, die euch sagen, was die UK gerade macht und wie viel Akku ihr noch habt. Dann haben wir auf der Seite den Schlauchanschluss. Und oh Junge, der Schlauchanschluss. Heilige Mutter Gottes, ich dachte, wir hätten für alle Zeiten geklärt, dass ein Schliffanschluss die einzige und beste Lösung ist. Ich hätte sogar noch einen Schlauchanschluss mit zwei O-Ringen akzeptiert. Ich hätte auch noch, wenn wir uns mal kurz in das Jahr 2015 zurückversetzen, akzeptiert, wenn da ein Schlauchanschluss mit einer Dichtung dabei wäre. Aber wer auch immer in der UK-Firma sich gedacht hat, dass dieser Schlauchanschluss eine gute Idee ist, ich werde dich suchen und ich werde dich finden und ich werde dir sagen, das war die dümmste Idee, die du in deinem ganzen Leben jemals hattest. Also dieser Schlauchanschluss ist eine Frechheit. Ich, wir hanken das Thema schnell ab. Aber ich könnte mich nicht mehr über diesen Schlauchanschluss aufregen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Jeder, der schon mal eine UK hatte und die schon mal selbst aufgebaut hat, schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich finde diesen Schlauchanschluss schrecklich und ich hoffe, dass es da noch irgendeine andere Lösung für gibt. Weil das, ich verstehe auch einfach nicht den Sinn. Also bei manchen Pfeifen, wenn der Schlauch komplett von der Seite in die Pfeife rein muss, okay, dann funktioniert vielleicht kein Schliff, dann musst du was mit O-Ring machen. Verständlich. Verstehe ich. Aber so wie der Anschluss an dieser Pfeife hier sitzt, gibt es keinen Grund für mich, dass hier kein Schliff hätte drankommen können. Ich dreh durch mit diesem Ding. Du musst ihn, also erstens ist der Schlauch auch sehr widerschwinstig. Du musst ihn in den präzisen Winkel von oben einführen und dann hoffen, dass er, dann bist du ein Stück drin, aber er rastet nicht ein und du verstehst nicht warum, weil du hältst ihn gerade, du hast den Winkel und er will einfach nicht. Okay, jetzt ist er drin. Es war nicht so schlimm. Manchmal klappt es ziemlich gut, manchmal klappt es nicht gut. Außerdem hast du nie das Gefühl, dass dieses Ding hier wirklich, wirklich geil sitzt. Ich verstehe es. Ich wirklich kann. Lass weitermachen. Der Schlauchanschluss kriegt von mir eine 6 minus. Wenn ich könnte, würde ich den sofort auslöschen. Der ist schrecklich, aber zum Glück gibt es noch genug andere positive Punkte an dieser Pfeife. Der Schlauchanschluss ist definitiv keiner. Ich war noch nie so unglücklich über einen Schlauchanschluss wie bei diesem hier. Und ich sehe gerade, dass mir schon wieder der Dichtungsring hier fehlt. Auf jeden Fall hat die Pfeife hier den Anschluss für den Schlauch. So, und dann haben wir auf der Oberseite noch einen weiteren Knopf und wenn ihr diesen Knopf drückt, dann fliegt oben die Kappe ab. Die Pottkammer fährt leicht nach oben und ihr seid bereit, um einen Pott einzulegen. Es soll wohl schon mehrfach vorgekommen sein, dass Leute den falsch eingelegt haben. Meiner Meinung nach ist das relativ simpel. Wenn ihr auf die Pfeife guckt, dann habt ihr hier diese kleine Nut und die Nut muss auf die linke Seite. Und auch nur so rastet dieser Pott hier gut ein. Ihr könnt ihn dann reinlegen. Man kann ihn noch ein bisschen wiggeln, aber an sich sitzt er so schon ziemlich gut. Wenn ihr den anders reinlegt, dann merkt man schon, nee, das funktioniert irgendwie nicht so und hier ist auch die Rückseite im Weg und dann hier, ah, er sitzt. So, und dann, er hat ein bisschen Spiel und da sitzt er jetzt nicht super fest drin. Muss er so aber auch noch nicht, weil dann kommt nämlich die Klappe runter, wird da draufgeklickt, es gibt ein kleines Klick von sich und wir sind bereit, um die Pfeife anzumachen. Ja, und wenn ihr fertig seid, drückt ihr den Knopf wieder und dann könnt ihr den Pott rausnehmen. Achtung, wenn ihr die Pfeife raucht, wird der Pott natürlich warm. Na, ist hoffentlich klar. Und wenn ihr direkt danach die Kammer aufmacht, könnte es sein, dass sich das Plastik noch ausgedehnt hat und der Pott unten drinnen fest sitzt. Ich dachte erst, das wäre ein Fehler, war es auch, aber nicht von der Uka, sondern von mir. Ihr müsst warten, bis ich das Ganze abgekühlt habe und wenn ihr dann aufmacht, dann kommt der Pott auch wieder mit nach oben. Das heißt, wenn ich die jetzt zu- und aufmache, aber wie gesagt, als ich ungeduldiger Typ danach direkt aufmachen wollte, weil ich dachte halt auch, ich nehme den Pott schon mal raus und dann kann die schneller abkühlen und so. Das war an sich keine doofe Idee. Das hätte schon funktioniert, dass sie schneller abkühlt ohne den heißen Pott. Aber der sitzt dann halt noch fest und das soll auch so sein, damit der heiße Pott nicht rausfliegt. Ich habe trotzdem schon gehört, dass ein heißer Pott rausgeflogen ist beim Aufmachen. Aber es ist trotzdem noch nicht so ein großes Problem, weil wie gesagt, selbst beim Rauchen hier oben kann man es kurz anfassen, ohne sich zu verbrennen und ich hatte auch kein Problem, nach zwei Minuten warten, diesen Pott schnell rauszunehmen und hinzulegen. Das war heiß, aber es war machbar, ohne dass ich eine Verbrennung erlitten habe. Wenn ihr das nicht wollt, dann wartet halt fünf bis zehn Minuten, dann kannst du den Pott easy rausnehmen. Und das ist der Aufbau. Ein sehr wilder Aufbau. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze? Und ich würde sagen, ich mache hier kurz Wasser rein und dann schmeißen wir uns mal zusammen einen Pott an. Übrigens, wo ich gerade Wasser reingemacht habe, auf der Bowl ist eine Wasserstanzmarkierung. Und bei der Wasserstanzmarkierung war mit Sicherheit derselbe Kollege am Start, der auch diesen Schlauchanschluss designt hat. Also, ich habe jetzt mal einen Maßstab mitgebracht, einen Zollstock, damit ich mal ausmessen kann, wie weit ich meinen Wasserstand unter der Markierung mache. Und das sind 2,3 Zentimeter. What the fuck? I do not understand. Gut, also die Wasserstanzmarkierung ist, ignorieren wir sie einfach mal. Ein Stückchen übers Tauchrohr, das Ende von dem Diffusor, der da mit am Start ist und dann passt das Ganze. So, dann haben wir unser Wasser eingefüllt. Auch sehr cool, dass man das nicht alles mitnehmen muss. Dann suchen wir uns den kleinen Punkt als Markierung, der einmal auf der Bowl ist. Hier haben wir ihn. Hier ist so ein kleiner Punkt und an der Pfeife hinten ist auch so ein kleiner Punkt. Und dann klicken wir das Ganze hier drauf. Zack. Und dann passt das. Dann machen wir oben die Klappe auf. Dann nehmen wir unseren Doppelapfel-Pott, machen einmal oben die Folie ab, machen einmal unten die Folie ab, legen den rein, wie gesagt, mit der Lasche nach links für euch, machen sie zu, drücken einmal kurz drauf, dann ist sie sozusagen einsatzbereit. Und jetzt können wir gedrückt halten, bis das Licht einmal voll ist und dann erscheint oben schon das Licht und das blinkt jetzt gelb, bis die Pfeife ready ist. Das dauert je nach Pot zwischen dreieinhalb und fünf Minuten, bis die Pfeife sagt, jetzt darfst du mal ziehen, Kollege. Erfahrungsgemäß braucht die dann immer noch ein paar Minuten, bis die wirklich an ist. Aber das ist schon krank. Du machst da Wasser rein, machst den Pott rein, drückst an, fertig. Ich war nicht Kohle legen, ich musste nicht mit dem Kohlekorb rumhantieren, ich habe nirgendwo Asche, ich brauche nicht mal einen Anzünder, ich brauche keinen Strom für den Anzünder, ich brauche keine Zeit zum Anzünden. Das ist schon wirklich wild. Und wenn ich diesen Pott hier gerade aufgemacht habe, der Doppelapfel, jetzt nur vom Geruch vom Pott. Es ist halt der einfache Doppelapfel, ist halt gut. So, und dann, weiß ich nicht, kannst du dir noch was Schönes zu trinken holen, kannst du auf Netflix deinen Film raussuchen und dann ist es fertig. Mehr musst du halt nicht machen, ne? Übrigens gibt es hier so eine kleine rote LED. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt seht, dass die blinkt. Die ist praktisch genau hier dran. Die blinken wohl immer und das ist auch nur so eine Status-LED. Ich war so verwundert, als ich die das erste Mal gesehen habe, weil man sie an den schwarzen Modellen überhaupt nicht sieht. und die ist auch eigentlich nicht dafür gemacht, dass man sie sieht. Dann frage ich mich aber, warum ist da überhaupt eine LED? Ich verstehe die Entscheidung nicht, aber auf jeden Fall ist das rot, man ist so konditioniert, Digga, da blinkt was rot, irgendwas ist schief oder irgendwas läuft schief, aber es ist tatsächlich nur so ein Bro, ich bin an. Muss man halt erst mal wissen. Ansonsten, ich habe am Anfang Panik geschoben, habe Uka ein Bild geschickt, habe gedacht, was ist kaputt, die funktioniert, aber irgendwie, das blinkt rot. Nö, nö, ist normal. Okay, ist normal, anscheinend. Damit ihr keinen Panikmoment habt, denkt dran, rot blinken, gut. Dieser Schlauch ist auch sehr unflexibel, was an sich kein großes Problem ist, außer man versucht hier ein Review zu drehen. So, und während die Aufheiz können wir nochmal kurz über das Mundstück reden, weil auf dem Mundstück, also das Silikon-Ding hier, das ist tatsächlich einfach nur Style, also das könnte man auch, wenn man möchte, abmachen. Ich fand es aber eigentlich ganz angenehm, also es geht auch ab, aber in der Regel sitzt das halt hier auf dem Mundstück mit drauf. Was ganz nice ist, wenn man das einfach kurz vor dieses Einstellungsfeature hier unten schiebt, dann würde man diesen Ring auch blind finden, was an sich cool ist, auf der anderen Seite aber irrelevant ist, weil du eh nicht weißt, was du gerade einstellst. Also, in der Theorie ist an dem Mundstück von der Uka sind da, oh, ein Piepsen und wir haben Licht, also ab jetzt könnten wir ziehen. Ich ziehe auch direkt mal, aber davor, ihr habt hier fünf verschiedene große Löcher, damit könnt ihr einstellen, dass ihr mehr Fremdluft mitzieht. Aussage von Uka, weil ich habe gesagt, was bringt das, ist doch irrelevant, was will ich denn Fremdluft? Aussage von Uka, es könnte sein, dass es Anfängern und Neulingen zu stark wird beim Rauchen, dann könnt ihr da ein bisschen Fremdluft einstellen. Meiner Meinung nach hat es gar nichts geändert, aber vielleicht gibt es irgendjemand da draußen, der froh drüber ist und mich stört es nicht, weil ich kann es ja auch einfach zumachen und dann ist es egal. Ihr habt hier zwei Zeichen, ihr habt einmal unten auf dem silbernen Ring, den ihr dreht ein Zeichen und oben noch so ein Pfeil und dann macht ihr einfach die Null zu dem Pfeil und dann zieht ihr keine Fremdluft. Und jetzt nehmen wir mal den ersten Zug direkt nach der Aufheizzeit und dann gucken wir mal, aber ich sage euch, da wird noch nichts kommen, noch nicht viel. Außer Geschmack. Rauch kommt fast gar nicht, für mich schmeckt es geisteskrank geil nach Doppelapfeln. Es ist insane. Also wenn ich die Augen zumachen würde und jetzt rauchen würde, würde ich schätzen, von der normalen Pfeife ist das schon ein Rauchvolumen von bestimmt 60, 70 Prozent. Nur vom Geschmack. Ist wild. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, wie kurz ich nur ziehe und ich muss noch was Wichtiges zum Durchzug sagen, aber da kommen wir dann gleich bei den Review-Punkten zu. Also ich höre auf jeden Fall, dass ich da Luft ziehe. Ich mache jetzt einfach mal den Test und dann da mal den Schlauch dran. Ich hoffe halt, dass das jetzt nicht rausfliegt, wenn da Druck vom Schlauch draufkommt. Ich halte es aber mal an. Du ziehst durch den Schlauchanschluss krass Luft. Du ziehst durch den Schlauchanschluss Luft. Ich höre es allein schon den Unterschied. Also maybe ist der Schlauchanschluss sogar mein größter Kritikpunkt an dem Teil. Das klingt so dumm. Aber was soll ich euch sagen? Der Schlauchanschluss und ich sind einfach keine Freunde. Ich könnte auch probieren, da einfach noch eine Dichtung drauf zu mogeln. Vielleicht ist das geil. Achso, und man könnte natürlich jetzt sagen, naja Marvin, du hast ja auch den originalen Dichtungsring nicht mehr. Kannst ja jetzt nicht erwarten, dass das gut funktioniert. Freunde, lasst mich euch eine Sache sagen, das war mit dem anderen Dichtungsring wirklich nicht anders. Also das hat da leider keinen Unterschied gemacht. Ich würde gerne sagen, oh, es ist mein Dichtungsring, der nicht gut funktioniert, aber das ist einfach wirklich dieser Schlauchanschluss, der eine komplette Katastrophe ist. Einen zweiten kriege ich hier nicht mit drauf. Scheiße, kriege ich das so rein? Ja. Oh, oh, das sitzt sogar besser. Wir ziehen immer noch leicht Fremdluft, aber weniger als vorher. Also vielleicht macht ihr euren Ersatzteile-Dichtungsring einfach noch direkt mit auf den Schlauchanschluss, falls ihr Luft zieht. So, und während ich die UK hier noch weiter anrauche, kommen wir jetzt zu unseren normalen Review-Punkten. Das heißt, so wie wir ein Review immer gliedern, Verarbeitung, Qualität und Materialien, Optik und Design, dann das Rauchverhalten und zu guter Letzt noch ein Fazit machen wir das jetzt auch mit der UK. Natürlich mit ein paar Besonderheiten, aber im Grunde unser normales System, wie wir hier jede Shisha reviewen. Übrigens, wenn ihr Interesse an mehr Shisha-Videos habt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Das würde mich unglaublich unterstützen und unglaublich freuen. Also dann Dankeschön an jeden, der ein Abo, einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar da lässt. Immer geiler Support. Dickes Kuss. Dickes Kuss. Stark. Stark. Dicker Kuss. Und dann fangen wir auch einfach mal direkt an. Verarbeitung, Qualität und Materialien. Wir haben hier natürlich ein technisches Gerät. Da ist eine Akku drin, eine Elektronik und so weiter. Das heißt, so simpel, wie das sonst für mich ist, ich gucke mir das Metall an, die Verarbeitung und muss nur die mechanische Verarbeitung betrachten und kann euch sagen, wie die Verarbeitung ist, ist es bei der Uka natürlich leider nicht. Auf die Elektronik und wie gut die gefertigt ist und wie gut die Software funktioniert, kann ich noch kein Ultra-Langzeit-Fazit geben. Ich kann euch sagen, ich hatte noch keine Probleme damit, außer, dass mir einmal der Pott eben drin hängt. Das war aber, wie gesagt, mein Fehler, weil ich sie zu früh aufmachen musste oder wollte und ich weiß nicht, ob es in der Anleitung steht. Ich bin so ein Mensch, der niemals Anleitungen liest und sich dann aber beschwert und dann turns out, ist mein Fehler, aber andere Geschichte. Bis auf den Schlauchanschluss funktioniert die eigentlich sehr, sehr gut. Also, die Verarbeitung fühlt sich gut an, das fühlt sich hochwertig an. Klar, die ist zum größten Teil aus Plastik, aber ich finde, für ein Full-Plastik-Produkt wirkt die ziemlich hochwertig. Also, ich gucke die nicht an und denke mir, boah, das sieht nach dem billigsten Schiener Plastik jemals aus. Die aus Metall wäre auch deutlich unpraktischer wegen dem Reiseaspekt, auf den wir dann beim Fazit nochmal zurückkommen. Aber ich bin mit der Verarbeitungsqualität unterm Strich ziemlich zufrieden. Ja, Rauch wird langsam mehr, aber ihr merkt schon, es braucht wirklich noch ein paar Minuten, nachdem die UK sagt, hey, du kannst jetzt rauchen. Das heißt, diese 70 Minuten vom Pott, wo du die dreieinhalb Minuten aufwärmen abziehen musst. Du kannst einfach mal pauschal sagen, in einem Pott kannst du 60 Minuten gut rauchen. Ich habe jetzt schon Geschmack und es ist lecker und es kommt auch ein bisschen Rauch, aber es fühlt sich noch nicht so richtig an. Ich denke, bei der Rauchentwicklung könnt ihr verstehen, was ich meine. Und was bei der Verarbeitung auch noch mit rein muss, sie ist natürlich irgendwo ein bisschen komisch zu zerlegen. Also bei der normalen Pfeife würde ich sagen, warum muss da noch so ein Aufsatz auf der Bowl sein und die Bowl mit einem Klick lösen, aber auch rausschrauben können, ist irgendwie umständlich und weird. Für die UK macht das aber natürlich extrem viel Sinn. Wie gesagt, niemals durch den oberen Part hier Wasser laufen lassen. Das heißt, du musst den ja easy entfernen können und trennen können von dem Teil, den du mit Wasser reinigen kannst, damit der Teil, der nicht mit Wasser gereinigt werden kann, eben schön beiseite gelegt werden kann. Der Rauch wird langsam mehr und wir machen weiter. Das ist ein bisschen komisch zu zerlegen, man gewöhnt sich aber sehr schnell dran und dann weiß man, wo man was drückt und wie man was dreht, damit das Ganze funktioniert und da hatte ich auch nichts, was irgendwie hing oder scharfe Kanten hatte oder nicht so funktioniert hatte, wie es soll. Also das ist die grobe Zusammenfassung von der Verarbeitung bis auf den Schlauchanschluss. Happy, aber der ist wirklich eine komplette Katastrophe. Was keine Katastrophe ist, zumindest meiner Meinung nach, ist Optik und Design. Beziehungsweise ist da eigentlich noch der Blow-Off dabei, aber den kann man relativ schnell abhaken. Optik und Design sage ich immer einmal am Anfang dazu, das ist komplette Geschmackssache. Was ich zu dem Ding sage, ist am Ende des Tages scheißegal. Die muss dir selbst gefallen oder eben nicht. Das kannst nur du wissen. Ich persönlich möchte nur kurz meinen Senf dazu geben. Ich finde, sie sieht cool aus. Für den Slogan The Future of Shisha ist das, denke ich, das passende Design zu der Sache. Und dann haben wir so ein paar Sachen, die designmäßig cool umgesetzt sind, aber einfach den größeren Nutzen geschuldet sind, wie zum Beispiel, dass du den oberen Teil abnehmen kannst und dann hier diese Kante hast, die man natürlich trotzdem sieht. Die Bowl, die unten aus Plexiglas ist, damit sie eben mit auf Festivals und Co. kann und man sie maximal beim Reisen mitbenutzen kann, weil zum Beispiel auch in einem Koffer oder so oder in einem Rucksack, den du dann irgendwo hinstellst, eine Glas Bowl, musst du einfach immer noch viel, viel mehr aufpassen. Das sind alles Faktoren, die dann natürlich auch im Design wieder zu tragen kommen, aber für mich eher durch die Funktion geschuldet sind. Ich bin aber froh, dass sie die Entscheidung so getroffen haben, wie sie sie getroffen haben. Auch das Plastik, dass die Pfeife so unglaublich leicht ist. Ich habe jetzt keinen Gewichtsvergleich, aber es ist schon eine der leichtesten Pfeifen, die es gibt, vor allem bis man Wasser reinfüllt. Und dann ist sie immer noch relativ leicht. Aber zum Transportieren im Rucksack kann ich euch sagen, wenn ihr Netzteil, Schlauch, Potts und die Pfeife einpackt, ist das immer noch ein sehr leichter Rucksack. Plus man hat sogar immer noch ein bisschen mehr Platz im Rucksack, um noch irgendwie ein bisschen Grillzeug reinzuschmeißen oder noch irgendwas anderes, was ihr eben mitnehmen müsst. Also auch der Rucksack ist da wirklich gut durchdacht, gut designt und auch der Funktion geschuldet, dass das Ganze am Ende des Tages eben auch gut geworden ist. Das ist auf jeden Fall meine Meinung zu dem Design. Und abgesehen von den Funktionen, die es ermöglicht, ist Design halt einfach Geschmackssache. Überlegt euch, ob ihr es cool findet oder nicht. Und dann noch die letzte Sache bei der Optik, der Blow-Off. Wie gesagt, haben wir hier an der Seite einen nach einem Lautsprecher aussehenden Auslass und wir haben oben nochmal so ein kleines Ding, was aussieht wie ein Lautsprecher, wo Rauch rauskommt, wenn ich da jetzt reinpuste. Also da kommt oben so eine kleine Fontäne. Wenn ihr das Blow-Off nennen wollt, dann macht das meinetwegen. Ich würde es jetzt nicht um... Also ja, es ist schon ein Blow-Off, aber es ist halt kaum der Rede wert, oder? Also es ist auf jeden Fall nicht so ein Schau her, wie schön der Blow-Off von meiner Shisha ist. Das ist halt wieder so, das muss so, weil irgendwo muss die Luft raus und dann lassen wir es halt da raus und dann ist gut. Das ist der Blow-Off. Was weniger subjektiv ist als Optik und Design ist natürlich das Rauchverhalten. Wie lässt sich die Pfeife rauchen? Wie ist der Durchzug? Wie einfach geht der Blow-Off? Wobei auch das finde ich eher irrelevant bei der Pfeife, aber vor allem das Rauchverhalten. Viele haben sich extrem krass beschwert, dass der Durchzug unter aller Sau sein soll. Es gab ja auf der Messe diese User-Tests mit verschiedenen Influencern, wo ihr dann auch einen Slot ergattern konntet und schon einige Leute mal die UK getestet haben. Und einer der zwei Punkte, die man am häufigsten gehört hat, war, der Durchzug ist komplett für den Arsch. Und ja, der Durchzug ist auch bei mir immer noch schwer. Aber ich glaube, das ist einfach dem Wasserstand geschuldet. Also, der Durchzug von der Pfeife ist schwerer, als man es meistens gewohnt ist. Aber wenn man den Wasserstand so weht, wie ich es jetzt getan habe und euch vorhin gezeigt habe, dann ist der Durchzug akzeptabel. Der ist nicht gut, der ist nicht krass. Du hast schon einen gewissen Widerstand, aber das ist nicht so scheiße, wie ich das so oft gehört habe. Und ich denke, da wurde, warum auch immer diese Wassermarkierung an der Stelle ist, wo sie ist, aber die wurde einfach falsch gesetzt, meiner Meinung nach. Das funktioniert bei mir so, wie es ist wunderbar. Und der Durchzug ist, okay. Der ist nicht krass, aber es ist okay. Und entlüften geht sehr schwer, braucht man aber auch meiner Meinung nach einfach nicht. Bei uns noch mal nicht in der Kategorie Rauchverhalten mit drin, weil es immer von anderen Sachen abhängig ist, die Rauchentwicklung. Und das ist mit einer der wichtigsten Punkte, wenn wir über verschiedene E-Lösungen reden. Wir gucken uns mal an, wie der Rauch mittlerweile bei mir aussieht. Wenn die Pfeife einfach nur mehr rauchen würde, wäre das genial. Es wäre wirklich genial. Wie gesagt, wir kommen gleich noch zu dem Travel-Aspekt im Fazit. Es gibt unglaublich viele Orte, an denen ich diese Pfeife sehe. Und ich werde die auch damit hinnehmen. Und ich werde sie benutzen, weil ich genau weiß, wann ich diese Pfeife für mich persönlich einsetzen möchte. Aber, wenn ich jetzt einfach nur unter dem Strich die Rauchentwicklung bewerten soll, dann ist die mager. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Ich habe aber auch schon wirklich, wirklich viele Köpfe gesehen, die deutlich besser rauchen. Ich werde natürlich auf diesem Kanal hier vor allem Leute erreichen, die wissen, wie man Köpfe baut oder die das gerade lernen wollen, die sich da reinfuchsen wollen, die Bock da drauf haben. Und ihr werdet in kurzer Zeit Köpfe bauen können, die deutlich krasser rauchen. Ohne Frage. Ohne Frage. Es ist keine Kunst, Köpfe zu bauen, die besser rauchen als das, was hier aus der UK rauskommt. Es macht mich ein bisschen traurig, wie die Rauchentwicklung ist, weil ich weiß, was geht mit einem gescheiten Kopf. Jetzt ist es die erste Pfeife in ihrer Generation und sie ist für mich persönlich eine Travel-Pfeife. Ich werde es dann noch erklären. Es wird für mich ohne eine Dark Blend Pot, der ja noch nicht in Aussicht ist und ohne, dass die Rauchentwicklung nicht mindestens doppelt so gut ist, niemals eine Pfeife ersetzen können. Vielleicht muss sie das aber auch einfach nicht für Enthusiasten zum jetzigen Zeitpunkt. Dann ist natürlich die Frage, wollt ihr euch die dann kaufen? Und dann kann man sehr gut verstehen, wenn ihr da bei einem Nein rauskommt. Sie hat für mich trotzdem Einsatzgebiete. Und damit rutschen wir eigentlich schon viel zu sehr ins Fazit. Deswegen kurz abgehakt, die Rauchentwicklung der UK ist im Vergleich zu einem wirklich geil gebauten Funnel, Mehrlochkopf, mit gutem Hitzemanagement und Co. ist das ein Viertel. Pi mal Daumen unterm Strich. Die Rauchentwicklung ist aber auch schwierig zu beurteilen, weil je nachdem, welchen Pott ihr nehmt, kann das unterschiedlich sein. Umso länger ihr einen Pott raucht, umso besser wird die Rauchentwicklung. Das heißt, die Rauchentwicklung, habe ich so das Gefühl, geht konstant hoch bis zu ungefähr 30, 40 Minuten und dann ist Ende. Und das ist auch noch beim Rauchverhalten mit drin. Ihr habt ja hier diesen Knopf und jetzt wird es richtig wild. Jetzt haben wir nämlich Feature, an die man niemals denken konnte bei einer Pfeife, bis das Ganze nicht mit so einem Pottsystem, NFC, Elektrik, Akku, Pipapo, passiert ist. Ich mache folgendes. Ich drücke zweimal diesen Knopf und ihr seht jetzt, dass sie oben nicht mehr gelb-orange leuchtet, sondern lila. Freunde, meine Uka ist gerade im Pausemodus. Meine Shisha ist gerade im Pausemodus. Die 70 Minuten, die ihr auf dem Pot habt, sind wie gesagt so 3,5 bis 15, Anrauchphase, danach könnt ihr theoretisch rauchen. Das heißt, minimal habt ihr 65 Minuten, wo ihr das Ding rauchen könnt. Ihr könnt aber 30 Minuten rauchen, Pause drücken, 10 Minuten später wiederkommen und ihr habt immer noch die 30 Minuten beziehungsweise die Restzeit, also 70 Minuten, ihr raucht 40 Minuten, also Anrauchphase, Aufwärmphase, Anrauchphase dauert 40 Minuten. Das heißt, ihr habt noch 30 Minuten auf diesem Pot. Ihr drückt Pause, ihr kommt nach 10, 20 Minuten zurück, ihr habt immer noch 30 Minuten, wenn ihr wieder Play drückt. Bro, wie wild ist das? Und das geht noch weiter. Sollte ich das Ding 40 Minuten rauchen und dann merken, oh Mist, ich muss ja los, dann mache ich die aus und der NFC-Chip auf dem Pot merkt sich das und beim nächsten Mal habe ich immer noch 30 Minuten. Das sind Dinge, über die man gar nicht so richtig nachdenken konnte bis jetzt. Klar, hätte man in der Mitte der Session die Kohle runternehmen können und wieder draufpacken können, aber Bro, wie willst du mit Kohle Pause drücken? Das funktioniert nicht. Du kannst dir ein bisschen weniger Hitze geben in der Hoffnung, dass dein Funnel mit Vollkontakt nicht gottlos verbrannt ist, bis du wieder zurückkommst, weil es an der Tür geklingelt hat. Und jetzt drücke ich wieder zweimal drauf und es ist wieder Play oder Smoke oder wie auch immer und ich kann weitermachen. Ist das nicht crazy? Ich finde, das ist, also ich, als die mir erzählt haben, es gibt eine Pausefunktion, war ich mindblown, wirklich mindblown. Und es gibt noch einen anderen Modus, das ist der Reisemodus, der sorgt dafür, also ihr müsst praktisch die Klappe hier aufmachen, kann ich jetzt nicht machen, weil ich gerade einen Pott drin habe. Ihr macht die Klappe auf, ohne dass ein Pott drin ist und haltet diesen Knopf hier 20 Sekunden lang gedrückt. Dann passiert folgendes, die Pfeife geht dadurch in den Reisemodus. Dadurch passieren zwei Dinge. Das erste ist, die Leistung, die die Pfeife braucht, wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Das heißt, ihr verliert extrem wenig Akku. Und das zweite, was passiert ist, der Power-Knopf wird disabled. Das ist ein großer Vorteil, weil es euch nicht passieren kann, dass ihr in der Tasche irgendwie auf diesen Power-Button kommt oder ihr fliegt mit der Pfeife und die schaltet sich von alleine an und ihr kommt an und ihr habt keinen Akku mehr, obwohl ihr genau dann eine Pfeife rauchen wolltet. Ihr fahrt Auto und fahrt auf irgendein Fest und da wollt ihr eine Pfeife rauchen und dann war der Power-Button an, ihr habt das Netzteil nicht dabei, obwohl das müsst ihr doch mitnehmen, weil da kommen wir gleich zu. Aber dann müsst ihr laden oder müsst ihr am Strom sitzen, euer Akku ist auf jeden Fall leer. Wäre ziemlich doof. Deswegen der Reisemodus, da funktioniert der Power-Button nicht. Jetzt gibt es aber ein Problemchen. Wenn der Power-Button nicht funktioniert, wie macht man denn die Pfeife an? Ihr müsst einmal das Netzteil anstecken und dann könnt ihr die Pfeife wieder anmachen. Da hätte man sich vielleicht auch irgendwas Besseres einfallen lassen können, damit man die Pfeife auch wieder ankriegt nach dem Reisemodus, ohne das Netzkabel zu brauchen, aber it is what it is und es ist ja immerhin eine ganz nette Funktion und eine gute Idee. Ich habe sie aber nie benutzt. Ich habe das einfach vorsichtig in den Rucksack und dann ist das bis jetzt auch immer gut gegangen. Und sollte unsere Session jetzt vorbei sein, dann macht die Uka A erstmal ein Geräusch und B sehen wir das dann oben auch rot blinken und das blinkt dann auch so lange rot, bis der Pott abgekühlt ist und dann kann man den Knopf drücken und dann kommt der auch wirklich raus und hängt auch nicht fest, wie das bei mir am Anfang ein paar Mal war, weil ich zu ungeduldig war. Dann nehmen wir noch einen Zug und dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Fazit. Und das wird durchwachsen. Und wird immer noch mehr, oder? Also ich laufe jetzt schon wieder auf der Camp 15 Minuten, habe davor schon, also ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich gut den halben, dreiviertel Pott haben wir jetzt schon durch hier mit der Aufnahme und das wird immer noch mehr. Und ganz ehrlich, zu dem Punkt jetzt gerade, würde ich sagen, jo, ein Funnel mit Vollkontakt raucht auf jeden Fall noch besser, aber es ist wirklich nicht scheiße. Also ihr seht, wie kurz ich ziehe, also es ist schon länger als normal, aber es ist jetzt auch nicht todeslang und dann geht es echt klar. Also man muss wahrscheinlich nur diese paar kleinen Tipps wissen, gucken, ob die Dichtung richtig sitzt, damit ihr keine Fremdluft zieht, die Fremdluft an dem Mundstück abmachen und den Wasserstand richtig wählen, damit der Durchzug nicht so schrecklich ist. Und dann ist es halt auch einfach nicht schrecklich. Hasti, darf ich dich jetzt schon einmal ins Video bitten? Ja. So, wir machen noch einen Test. Der Hasti ist ja da, um mir gleich noch bei dem Videopart zu helfen mit unserem Rennen. Ich zeige ihm jetzt mal, wie sie gerade raucht, einfach um mal seinen Eindruck zu bekommen. So, setz dich doch gerne mal hin und probiere einfach mal die Uka, wie sie jetzt ist. Gut. Geschmack, Rauch, Durchzug. Das wären die Punkte, die ich gerne einmal hören würde. Ja, also Durchzug ist nicht so geil, aber ist okay. Also kann man machen. Akzeptabel, oder? Ja, also ja, auf jeden Fall. Ist in Ordnung. Rauch haben wir schon gesagt, ist absolut akzeptabel. Das funktioniert tatsächlich und Geschmack. Hat er zuerst so was leicht Angebranntes? Ich weiß auch nicht. Ist jetzt auch ziemlich am Ende, ne? Ja, okay, gut. Also er wird sich gleich verabschieden. Ja, aber ansonsten kann man das machen. Also, ist clean. Das Fazit. Für wen ist die Uka? Für wen ist die Uka nicht? Wer sollte überhaupt drüber nachdenken, 400 Euro für dieses Gerät auszugeben und für wen würde ich es von vorhinein schon ausschließen. Und komplett ausschließen würde ich es tatsächlich nur für sehr wenig Leute. Ich würde es aber auch nicht vielen Leuten unbedingt ans Herz legen, sie zu kaufen. Ich erkläre mal, was ich meine. Uka hat den Slogan Uka for Everyone und listet da verschiedene Gruppen an Leuten auf, für die sie denken, dass die Uka besonders gut geeignet ist. Und die erste Kategorie sind CBD-Konsumenten. Und als ich das in dem Briefing-Powerpoint-Ding gesehen habe, übrigens, by the way, Uka hat nichts zu sagen, was ich hier in meinem Video mache. Ich habe mit Uka über das Skript von diesem Video gesprochen, aber nur, um noch Fragen zu klären, die ich hatte. Sie haben nichts an diesem Video verändert. Ich habe die Pfeife gestellt bekommen. Die haben keine Chance, das Video in irgendeiner Art und Weise zu verändern, wie sie wollen. Das ist komplett meine Meinung, nur damit das mal gesagt ist an der Stelle. Und es gab unter anderem ein Briefing in einer PowerPoint-Präsentation, die ich bekommen habe und da stand drinnen für CBD-Konsumenten. Da war ich so, okay, es gibt ja noch gar keine CBD-Pots. Also planen die wohl CBD-Pots zu bringen. Ich weiß jetzt aber wirklich nicht, ob CBD-Raucher jetzt wirklich todes drauf aussehen, ihr CBD in einer Shisha mit Akku zu rauchen oder ob es da Tropfen, Sticks, was weiß ich. Ich kenne mich mit CBD nicht aus, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das krasseste Argument. Dann gibt es zwei Kategorien, einmal die Gelegenheitsraucher und dann die Anfänger. Ich würde sagen, wer sich von denen diese Pfeife kaufen sollte und wer nicht, ist für mich eigentlich unterm Strich dieselbe Kategorie. Weil bei beiden Kategorien würde ich sagen, für Anfänger und für Gelegenheitsraucher kann diese Pfeife sehr geil sein, wenn du wirklich keinerlei Interesse daran hast, dich in das Thema Shisha reinzufuchsen. Weil in dem Moment, wo jemand sagt, nein, ich will das lernen, ich habe Bock auf dieses Ritual von Kopfbau. Ich will verstehen, was macht einen guten Kopf aus? Wie gehe ich mit Kohle um? Welchen Aufsatz wähle ich? Wie mische ich Tabak und welchen Kopf benutze ich dann? Und das kann natürlich am Anfang ein krasses Rabbit Hole sein, in das man fällt, aber manche Leute haben Bock, ab und zu in den Rabbit Hole zu fallen und sich in ein Thema einzufuchsen. Und selbst, wenn du nur ein kleines bisschen Arbeit reinsteckst, also ich würde behaupten, wenn du die fünf richtigen Videos auf meinem Kanal guckst, baust du Köpfe und kannst die gescheit rauchen, weißt, was du dir kaufen sollst und kriegst bessere Ergebnisse hin, vor allem bei der Rauchentwicklung, als du es mit der UK hinbekommen würdest oder als das mit der UK dann halt einfach ist, weil da geht es nicht um Skill, du legst nur einen Pot ein. Und das kann fast jeder. Das heißt, für Leute, die absolut keinen Bock haben, sich mit dieser Shisha-Materie in irgendeiner Art und Weise zu befassen, aber einmal alle zwei Wochen mit den Freunden im Sommer beim Grillen doch so ein bisschen eine Shisha rauchen wollen, kann man sich das wirklich überlegen? Pot reinschmeißen, dann tut auch das sechs Euro pro Pot ausgeben nicht so weh, wenn du eh nur zwei Potts in dem Fall, nicht zwei Köpfe, im Monat rauchst und dann mag das ganz okay sein. In dem Moment, wo du aber sagst, nee, ich will dieses ganze Shisha-Thema ein bisschen kennenlernen, ich will das verstehen, ich will mich da verbessern, ich will da Infos haben, dann wirst du sehr schnell über eine UK hinauswachsen. Kann aber trotzdem sein, dass du Bock auf eine UK hast, aus einem anderen Grund, der gleich noch kommt. Dann hat UK gesagt, das Ding ist gut für Rauch und Vape-Fans und da bin ich einfach komplett anderer Meinung. Also ich denke, Leute, die rauchen, rauchen, die denken sich dann wegen der UK nicht auf einmal so, yeah, let's go, ich hole mir jetzt eine UK und steige um auf eine elektrische Shisha und auch bei Vapern denke ich, also vielleicht holt sich da jemand eine UK, weil er Bock drauf hat und die cool findet und raucht die ab und zu, aber ich denke, niemand, der vape, wird auf eine UK umsteigen. Also mir erschließt sich einfach der Grund nicht, falls ihr Gründe seht, schreibt mir die sehr gerne unten in die Kommentare, aber ich verstehe einfach nicht, warum das so sein sollte. Die nächste Gruppe ist ultra geil und da bin ich komplett dabei. Bars, Clubs und Restaurants. Wir haben ja hier ein Heat-Not-Burn-Verfahren. Der Tabak wird erhitzt, aber er wird nicht verbrannt, was ja auch ein Argument für die Gesundheit ist. Aber das heißt auch, dass die UK tendenziell an Orten stehen darf, wo Rauchen verboten ist. Und das könnte in Clubs, in Bars, in Restaurants unglaublich geil sein. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn die mir da eine richtige Pfeife hinstellen würden, wäre mir persönlich das lieber. Also wenn ich die Wahl hätte, ich bin jetzt an einem Ort und ich kann eine UK rauchen oder ich kann einen geilen Funnel-Meerloch mit HMD rauchen und Darkblend, dann würde ich auf jeden Fall Funnel-Meerloch-HMD-Darkblend nehmen. Aber es gibt Orte, an denen das gar nicht die Option ist und dann ist nicht die Option Kopf oder UK, sondern UK oder gar nichts. Und in dem Fall wäre ich persönlich unglaublich froh, wenn ich mich da noch hinsetzen kann und ein kleines bisschen an einem Doppelapfel nuckeln kann, auch wenn das nicht so krank raucht wie daheim. Und dann haben wir die letzte Gruppe, bei der UK sagt, für die ist das toll. Und das sind Shisha-Enthusiasten. Und da kann man sagen, auf gar keinen Fall. Sternchen. Mit einer Ausnahme. Ich denke, für Shisha-Enthusiasten wird die UK in der Verfassung, wie sie jetzt ist, oder in der Version, wie sie jetzt ist, wird sie daheim niemals die Pfeife ersetzen können für uns. Rauchentwicklung, es gibt kein Darkblend, man kann nichts selbst machen, die funktioniert einfach und da aber nicht so krass, vor allem bei der Rauchentwicklung, wie eine normale Pfeife. Das heißt, für Enthusiasten wird die uns nicht so zufriedenstellen, wie ein wundervoll selbstgebauter Kopf mit dem über Monate antrainierten, passendem Hitzemanagement, um das Maximum an Aromen aus diesem Tabak rauszukitzeln. Aber unterwegs ist das eine geile Nummer. Und das ist dasselbe Argument wie bei den Bars, Clubs und Restaurants. Es gibt Orte, an die würde ich niemals oder fast niemals eine Pfeife mitnehmen. Zum Beispiel im Sommer mit dem Papa auf seinem Boot, seinem kleinen Sportboot. Wenn ich ihm da mit Kohle ankomme, dann steht mein Papa schon die ganze Zeit so neben mir und sollte da eine Kohle fallen, dann werde ich sowas von Kehl geholt und komme nie wieder aus dem Main nach oben, dass ich es wahrscheinlich nicht riskieren werde. Im Auto, auf einer Fahrt, kann das einfach funny sein. Du fährst mit deinen Jungs, mit deiner Freundin, mit einer Gruppe, fährst du in Urlaub und du schmeißt eine UK im Auto an und da kann nichts passieren, weil da ist keine Kohle. So, ja, also ich kann jetzt hier die Hand drauflegen und ich verbrenne mich nicht bitterlich, aber ich merke schon direkt, okay, es ist heiß, aber es ist nicht so, dass mein Auto direkt explodieren würde. Und da ist die UK auch für Enthusiasten, denke ich, eine geile Nummer. Du hast den Rucksack, du musst kaum was mitnehmen. Wenn ich jetzt überlege, wir waren letztens übers Wochenende zwei Tage bei der Family von der Freundin, wir sind Freitagmorgen hin und sind Samstagnacht zurückgefahren. Ich habe keine Pfeife eingepackt. Es wäre mir viel zu stressig gewesen, alles zusammenzusuchen. Ich wusste nicht mal, ob ich dort einen Kopf rauchen kann, ob wir da die Zeit für haben, ob das klar geht. Und deswegen wäre es mir viel zu stressig gewesen, alles einzupacken, alles mit hinzuschleppen, damit ich maybe einen Kopf rauchen kann. Die UK, Schlauch, einen Pott, in den Rucksack gepackt und mitgenommen, hätte ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und an so Orten sehe ich die UK für mich persönlich definitiv. Außerdem sagt UK in dieser PowerPoint-Präsentation, dass diese Pfeife vier USPs, also Unique Selling Points, hat. Und der erste ist, es soll die Fastest Shisha sein, im Sinne von Pott rein, dreieinhalb Minuten warten und das Ding ist fertig. Man muss ja aber noch anrauchen. Und um das zu überprüfen, habe ich mit dem Lieben Hastie eingeladen und wir machen jetzt ein Race, wer zuerst seine Pfeife zufriedenstellend anhat. Ich werde ihm die UK hinstellen, dann kann er sich da einen Pott reinschmeißen, kann sich gemütlich ein paar Minuten zurücklehnen, bis das Ding ready ist und ich werde durchs Büro flitzen und mir in relativ normaler Geschwindigkeit einen Kopf anmachen und dann gucken wir mal, wie das Ganze zeitlich abschneidet. Okay, wir machen jetzt den Test. Der Hastie ist bei mir. Er macht sich die UK an und ich muss mir schnellst, ich werde es im somewhat normalen Speed machen. Ich mache mir die Mettpair an, das heißt, ich gehe mir einen Kopf aussuchen, baue mir einen Kopf, lege Kohle, das am besten als erstes und der Hastie sucht sich einen Pott aus und entspannt sich ein bisschen. Das ist ja anders. Also drücke ich jetzt hier auf Go und dann ist Go, ja? Okay. Drei, zwei, eins, Go! Let's go! Okay, Timer läuft. Also ich muss halt auf Kohle warten, aber... Das ist völlig richtig. Ja. Aber erstmal bin ich fertig. Zehn Minuten habe ich gebraucht, um mir die Pfeifen ready zu machen. Ja. Und jetzt muss ich doch mal fünf warten. Ja, meine Pfeife ist komplett ready. So, jetzt ist meine an, oder? Ja, ja. Okay, also bei 18,30. 18,5 Minuten habe ich gebraucht. So, ihr habt es gesehen, wie es ausgegangen ist. Der nächste Unique Selling Point von der Pfeife soll sein The Most Flavorful. Und da muss ich sagen, ja, du hast natürlich diesen geilen Geschmack, dadurch, dass du keine Kohle hast. Das ist für mich aber weniger ein Argument für die Uka, sondern ein allgemeines Argument für diese ganze Kategorie an Shishas ohne Kohle. Also alles, was da irgendwie elektrisch läuft. Die Uka überprüft 25 Mal pro Sekunde, ob die Hitze, die der Pott haben will, auch die Hitze ist, die er gerade bekommt. Und dadurch könnte sie schon nochmal einen Vorteil haben gegenüber anderen. Bis aber nicht genug andere Lösungen auf dem Markt sind, kann man da halt relativ wenig zu sagen. Der dritte Aspekt ist The Smartest One. Und da würde ich sagen, unterm Strich aktuell würde ich sagen, ja, bei Ramsider soll es wohl auch diese Profile geben, aber ob das auch genauso oft überprüft wird, weiß ich nicht. Die Frage ist, funktioniert es denn auch, wenn es weniger smart ist oder halt muss die so smart sein, das wissen wir halt nicht. Wie gesagt, da fehlen uns die ganzen All-in-One-Lösungen auf dem Markt. Und der vierte Punkt ist The Cleanest. Und da ist für mich dasselbe Argument, ja, alles ohne Kohle ist an sich wahrscheinlich tendenziell gesünder und auch ein bisschen cleaner, aber es ist wieder mehr ein Argument für diese ganze Rubrik an E-Shishas, nicht für die Uka per se, aber auch für die Uka. Wenn ihr jetzt sagt, yo, für eine Travel-Pfeife, ich packe mal 400 Euro aus, ich finde das eh ganz funny mit dem E-Ding, dann könnt ihr das machen. Dann rein da. Dann könnt ihr heute pre-ordern und dann wird die ab dem 7.6. auch direkt verschickt in Deutschland und dann ist das eine geile Nummer. Für alle Leute, die ganz ab und zu mal eine Shisha rauchen wollen, aber da keinen Bock haben auf irgendwelche Wissenschaft hier mit Kopfbau und Pipapo, sondern einfach nur einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen maybe einen Kopf anmachen beziehungsweise einen Pott anmachen, wenn Freunde rumkommen, kann man auch machen. Und das ist, glaube ich, das Fazit, wo ich sagen würde, für die Leute ist es und für die anderen nicht. Und damit sind wir am Ende von diesem sehr langen, aber ausführlichen Review. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Lasst gerne einen Kommentar da, falls ich was vergessen habe. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst und wir werden auch noch einige Pots für die UCA testen. So viele hatte ich bis jetzt leider nicht, aber wenn mehr kommen, gucken wir uns die an. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Sayonara. 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 Sayonara.